Liebe Milena, so lange schon liegt hier ein Stück eines Briefes für Sie bereit, aber zur Fortsetzung kommt es nicht, denn die alten Leiden haben mich auch hier aufgefunden. Angefallen und ein wenig niedergeworfen, alles macht mir Mühe, jeder Federstrich, alles was ich dann schreibe, scheint mir dann zu großartig. Im Missverhältnis zu meinen Kräften und wenn ich niederschreibe, herzliche Grüße, haben denn diese Grüße wirklich die Kraft, in die lärmende, wilde, graue, städtische Lerchenfelder Straße zu kommen, wo ich und das Meine gar nicht atmen könnte.